Und da sind wir wieder mit der zweiten Folge unseres Hörbuchromans Die Klimakiller sind die Reichen. Vielen Dank an alle, die uns gleich nach der ersten Folge gefolgt sind oder uns abonniert haben. Wäre schön, wenn wieder ein paar dazukommen. Wenn ihr die erste Folge nicht mitgekriegt habt, schaut einfach auf unser Profil oder auf unsere Homepage klimakiller.quick.info Und so standen wir jetzt da. 28 Leute mit Geburtstagsballons in den Händen und jeweils einen Fuß am Beton festgeklebt. Ich hatte das große D vom Anfang der Parole. Die Leute, die mit den Bolzenschneidern den Zaun aufgeknackt hatten, waren schon abgehauen und hatten die Tatwerkzeuge mitgenommen. Wir waren bloß durch ein Loch gekommen, das schon da war. Das Dokumentationsteam filmte und fotografierte und lud alles gleich ins Netz hoch. Das Presseteam saß irgendwo in Zürich und rief Zeitungen und Fernsehstationen an und schickte ihnen die Bilder. Das Social-Media-Team teilte die Informationen in allen möglichen Umwelt- und Klimaschutz- und allgemeinen Weltverbesserungsforen. Wir froren uns inzwischen die Zehn ab. Wir hatten zwar Skiunterwäsche drunter und Daunenjacken drüber, einige hatten sich auch in diese goldglänzenden Rettungsdecken gehüllt. Trotzdem, ein nackter Fuß auf dem Beton ist im Jänner nicht angenehm. Die Polizei war früher da als die Presse. Vier Leute von der Kantonspolizei, die da zusammen mit zwei Angestellten vom Flughafen ankamen. Offenbar hatten sie keine Erfahrung mit angeklebten DemonstrantInnen. Sie mussten erst mit ihrer Dienststelle telefonieren, die sich in Zürich erkundigte und schließlich die notwendige Vorgangsweise mitgeteilt hatte. Dann kam ein weiterer Streifenwagen mit einer Ladung Gummihandschuhen, Pinseln, Speiseöl und Aceton. Gottverstutz, was hätte ruhig da ausdenkt, rügte mich väterlich kopfschüttelnd ein älterer Polizist und kniete seufzend vor mir nieder, um sein Werk zu beginnen. Hoffentlich hätte ruhig wenigstens d'Fürsquasche. Nicht kitzeln, ermahnte ich ihn, als er mit dem Pinsel unter meinem Fußgewölbe herumfuhrwirkte. Wenn man keine Plattfüße hat, kann man nicht die komplette Fußsohle ankleben. Hände sind eigentlich schwerer loszukriegen, aber wir hatten uns für eine aufrechte Haltung entschieden. Und jetzt mit leichter Walkbewegung langsam den angeklebten Körperteil von der Unterlage lösen, ohne die Haut zu verletzen, wie sich ihn an. Ja, das wisset man jetzt auch. Aber warum macht er das überhaupt? Haben Sie sich in der letzten Zeit Ihre Gletscher angesehen? Ja, ich mache mir doch auch Sorge wegen Klima, aber da hat es da auch noch andere Methode. Denn wenn Sie sich Sorgen ums Klima machen, dann sollten Sie sich weigern, gegen Demonstrierende vorzugehen. Ah ja, und dann starst mir du bis in alle Ewigkeit auf der Bichte und holst Ihre Lungenentzündung, wann ich die nicht lospinsele. Damit hat er irgendwie recht. Natürlich war der Polizeieinsatz Teil der ganzen Dramaturgie. Das Ensemble wurde jetzt ergänzt durch eine Busladung weiterer Polizistinnen. Die forderten fürs Erste das Dokumentationsteam auf, die Landebahn zu verlassen, worauf sich das Dokumentationsteam niedersetzte. Anstatt es wegzutragen, begann ein Teil des Polizeitrupps die Personalien aufzunehmen, während ein anderer Teil am anderen Ende unserer Kette mit dem Ablösen von Füßen begann. Inzwischen tauchten endlich ein paar Typen mit Kameras auf, die Warnwesten mit der Aufschrift Presse trugen. Die Presseleute fanden es besonders schick, diejenigen zu interviewen, an deren Füßen noch herumgewalkt wurde. Warum gerade Privatschats? fragte eine Reporterin. Ich kannte sie vom Fernsehen, sie machte sonst Straßenumfragen wie Was halten Sie von meinem Outfit? Finden Sie, dass mein Rock zu kurz ist? Ich erkläre es Ihnen mit einer einfachen Rechnung, sagte Sarah Rebecca Bisanguaneser. Wenn man jemand, der zum reichsten 1% in Europa gehört, jedes Mal einen Tritt in den Hintern geben würde, wenn er oder sie den CO2-Tagesausstoß seiner Person aus Indien in die Luft geblasen hat, dann gäbe das ziemlich genau einen Fußtritt pro Stunde. Aber wenn man die Therapie mit jemandem macht, der so eine Maschine besitzt, und zu 90% ist das ein Mann, dann gibt es einen Tritt alle zwei Minuten. So jemand hätte gar nicht Zeit genug, sich wieder aufzurappeln und den Dreck von seiner 4000-Euro-Jeans aus Lammleder zu wischen. Ich sehe, Sie tragen einen Button mit Eat the Rich, fragte die Reporterin Walter. Meinen Sie das ernst? Ach nö, das nur eine uralte Nummer von Motorhead. Ich würde keinen von denen essen, aus demselben Grund, warum ich kein Rindfleisch esse. Zu viel Treibhausgas. Außerdem sind wir gewaltfrei. Wollen Sie eine Revolution, fragte ein anderer. Eine Revolution? Nein, es muss sich nur alles ändern. Wir nennen es sozial-ökologische Transformation. Nicht besonders einprägsam, oder? Na, wenn es Ihnen zu kompliziert ist, dann nennen Sie es Revolution. Als die letzte von uns losgeeist war, wurden wir über Lautsprecher aufgefordert, jetzt die Landebahn zu verlassen. Nun hätte doch Ihre Reklame, sagte mein Befreier zu mir. Garst mir, du jetzt aufzute, oder müssen wir die wegtragen? Danke, ich gehe schon, sagte ich und machte einen Schritt zur Seite. Ich wickelte mich schnell aus der Rettungsdecke und holte die gar nicht so kleine Quadcopter-Drohne hervor, die ich darunter verwahrt hatte. Suchte den Blickkontakt zu Sarah Rebecca Bisanguanesa am anderen Ende unserer Reihe und wirbelte einmal kurz meine goldene Decke über dem Kopf. Darauf begann die Drohne zu surren. Alle ließen ihre Geburtstagsballons los. Sarah Rebecca Bisanguanesa ließ die andere Drohne los. Und unsere Parole stieg über unseren Köpfen hoch. Die Klimakiller sind die Reichen. Wir hatten die Ballons mit zwei dünnen Angelleinen verbunden, unten jeweils noch ein kleines Gewichtchen dran, damit sie aufrecht blieben und am Anfang und Ende eben die zwei Drohnen, die keine andere Aufgabe hatten, als die Buchstabenkette schön gerade zu halten, um zu verhindern, dass sie vom Wind weggeblasen wurde. Die Ballons hatten schließlich ihre eigene Auftriebskraft. Was machen eigentlich MechatronikerInnen? Alles. Von Autoelektronik über Flugzeugsteuerungen bis zu Satelliten. Und ausrechnen, wie man ein ein Meter hohes und 20 Meter breites Banner mit zwei kleinen Drohnen in der Luft halten kann. Während wir höflich, aber bestimmt zum Flughafengebäude dirigiert wurden, schwebte unsere Parole majestätisch die Landebahn auf und ab, machte auch manchmal eine elegante Drehung um sich selbst und würde den Flugverkehr noch um mindestens weitere 45 Minuten blockieren. Die Medienleute waren begeistert, vor allem die mit Kameras. Die PolizistInnen versuchten herauszufinden, wer von uns die Dinger steuerte, gingen unsere Reihe entlang und wollten unsere Hände sehen. Konnten sie ruhig. Die zwei PilotInnen saßen in einem Schuppen an der Straße, die parallel zur Piste lief und guckten durch Löcher unterm Dach. Die ganze Aktion dauerte nun schon ihre anderthalb Stunden. Es waren noch mehr Medienleute gekommen und einige sagten uns, dass schon ein Dutzend Maschinen hätten umkehren müssen und nach Zürich Kloten ausgewichen waren. Na gut, wir hatten ja nicht erwartet, dass durch unsere Aktion das Weltwirtschaftsforum wegen Mangel an Teilnehmenden abgesagt werden würde. Und in Kloten wartete noch eine weitere Überraschung. Die Karte der Auskunftskrake zeigte auf der A51 Richtung Zürich zwischen Kloten und Opfikon eine kilometerlange rote Linie. Die App vom Schweizer Touring Club meldete, dass die Autobahn wegen einer unangemeldeten Demonstration gesperrt werden musste. Bevor unseren beiden Drohnen der Saft ausging, machten sie noch ein kleines Kunststück. Jeder ließ eine winzige Schere zuschnappen und so setzten sie unser fliegendes Banner frei. Die Drohnen kehrten zum Schuppen zurück, zwei Polizisten rannten über den Acker, aber sie sahen nur zwei Personen in gelben Regencapes, die die Drohnen einfingen und davon radelten. In sehr auffälligen gelben Regencapes. Leicht zu merken. Als die Bullen ihren Streifenwagen endlich aus dem Flughafen raus auf die Straße gebracht und die Regencapes eingeholt hatten, hatten die natürlich keine Drohnen bei sich. Sie waren überhaupt erst vor ein paar Minuten von ihrer Pension losgeradelt. Die Wirtin würde es, wenn nötig, bestätigen. So ein Regencapes ist ja schnell aus und wieder angezogen. Unser Banner stieg inzwischen langsam höher und wir umarmten uns alle, während die PolizistInnen daneben standen und verlegend reinschauten. Vielleicht fühlten sie sich ausgeschlossen. Sarah Rebecca Bisanguaneser und ich bekamen besonders innige Umarmungen. Sie hatte für die Technik gesorgt, ich für die Dramaturgie. Die Ballons waren meine Idee gewesen. Am Schluss umarmte mich Sarah Rebecca Bisanguaneser und küsste mich auf beide Wangen. Das war schön. Dann ging sie auf einen der Polizisten zu, breitete die Arme aus und fragte, wollen Sie auch? Ich dank, grinste er schüchtern und wich zurück in den Schutz seiner Kolleginnen. Der Wind frischte auf und kam jetzt vom Norden. Unser Banner trieb auf die Berge zu. Vielleicht würden die Ballons es ja bis der Russ schaffen. Wäre schön. Aber die Fernsehbilder waren schon auf dem Weg in die Welt. Die Klimakiller sind die Reichen. Wir traten den geordneten Rückzug an. Nicht durch das Loch im Zaun, sondern gesittet durch das Flughafengebäude, links und rechts flankiert von den Schweizer PolizistInnen. Wir wollten den nächsten Bus nach Davos erreichen. Unsere Mission war noch nicht zu Ende. Die Klimakiller sind die Reichen.